So, Digi Fernunterricht ist zurück wieder mal für ein Video. Ich freue mich sehr, euch hier begrüssen zu können. Ich möchte euch ein Tool vorstellen, mit dem es möglich ist, Videos aufzunehmen und diese Videos dann so abspielen zu lassen, als würde die Person, die im Video spricht, eine andere Sprache sprechen. Ihr seht, das hat gestern die Medien auch beschäftigt. Es steht jetzt hier, es übersetzt Videos nicht nur in die Sprache, sondern es passt die Lippenbewegung des Sprechers an die gesprochenen Laute an. Dieses Tool, das würde man auch hier dann verlinkt finden, das heisst Hey Chen und ist so eine spezielle Funktion in einem Lab. Es ist so eine Art Beta-Version dieses Tools. Ich habe es ausprobiert. Also das heisst hier labs.heychen.com Video Translate. Ihr findet das da unten auch verlinkt, wenn ihr es selber ausprobieren wollt. Jetzt muss ich anfügen, also so sieht dann eigentlich das Fenster aus. Ich kann jetzt hier ein Video hochladen und zwar muss ich jetzt kurz schauen, ob ich das Video noch finde. Wenn ich es hier, natürlich finde ich es noch. So, eine Sekunde. So, hier ist das Video, was ich aufgenommen habe. Hallo, ich bin Philipp, das ist die Gefährdunterricht. Ich möchte ganz kurz über den Sinn und Unsinn von Vorbereitungstreifen sprechen, wenn es darum geht, Online-Veranstaltungen, Workshops, Seminaren, Vortrags zu machen, zu dem Gäste hinzugezogen werden. So, ihr seht, das bin ich und ich spreche Hochdeutsch, so wie ich jetzt auch hier spreche. Schweizer Hochdeutsch natürlich. Und jetzt habe ich dieses Video hier ins Tool reingezogen. Habe es verarbeitet, hier mit Submit. Und habe gewählt, dass das jetzt auf Italienisch erscheinen soll. Leider habe ich es dreimal gemacht, weil ich ein bisschen ungeduldig war. Also, normalerweise würdet ihr nur eines sehen. So. Und ihr seht jetzt, was passiert. Ciao, ich bin Philipp. Questa è la lezione di sicurezza. Vorrei parlare brevemente delle riunioni preparatorie per organizzare eventi online. So, ganz ehrlich spreche ich kaum Italienisch. Ich verstehe ein paar Brocken. Ich kann ciao, come stai. So ungefähr ist mein Italienisch. Und was ihr hier seht, ist, ja, ich, der auch nach Fachpersonen zu sprechen, ein ganz, ganz gutes Italienisch spricht. Und auch meine Lippenbewegungen sind so angepasst, dass es jetzt nicht total unnatürlich aussieht. Das Tool hat natürlich zur Konsequenz, dass alle Aufgaben, bei denen man Schülerinnen Videos erstellen lässt und dann denkt, ja, die können jetzt ihre Fremdsprachenkompetenz zeigen, weil sie dann Französisch oder Spanisch oder Russisch sprechen müssen, diese Videos sind so nicht mehr möglich, um dann mit gutem, mit grosser Sicherheit saugen zu können. Sie haben das selber gemacht, wenn man jetzt nicht erkennen kann, ob dieses HN Labs eingesetzt worden ist. Zum Schluss noch eine kurze Bemerkung. Das Tool ist nicht kostenlos. Natürlich wird da viel Rechenleistung verwendet. Das dauert auch, bei mir hat es jetzt ungefähr fünf Minuten gedauert, bis das Video hochgeladen war und dann, ich denke, 15 Minuten, bis das Video verarbeitet war. Und das würde dann, wenn ich jetzt eine andere Sprache wählen würde, ich könnte jetzt hier nochmal, also ich kann hier auswählen unter diesen Sprachen im Moment. Es gibt noch nicht so viele und wenn ich das jetzt auswählen würde, dann würde es wieder eine Viertelstunde dauern, bis das Video gerendert wäre. Wenn ich das mache, kostet das, ihr seht hier Requirements. Ah, das stehen nur die Sprachen. Das kostet, ich glaube, 2,5 Credits und ich musste jetzt hier diese Credits aufladen. Ich habe das für einen Monat bezahlt und 30 Credits kosten 60 Dollar, wenn man das nur für einen Monat macht. Wenn man es für ein Jahr macht, kostet es ein bisschen weniger, aber ungefähr kostet ein Credit 2 Dollar. Also so ein Video kostet dann schon schnell mal 5 Franken, 5 Euro, so in der Größenordnung. Man kann es mit der kostenlosen Version, kann man das Tool so jetzt nicht ausprobieren. Also auch hier, um die Schlussbemerkung noch zu machen, auch hier ist es ein Tool, das Menschen sich leisten können müssen. Dann sieht das gut aus, gibt tolle Ergebnisse. Wer das Geld nicht hat, das Konto nicht hat, kann das so im Moment noch nicht nutzen. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag.